Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Snowboard. Heute geht es um Snowboard Boots und alles was man darüber wissen muss und wie man die richtigen für sich selber findet. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Dieses Video ist in keinerlei Hinsicht gesponsert, aber wäre nicht ohne die Unterstützung von Deluxe so möglich gewesen. Dementsprechend, falls ihr mehr über die Boots aus diesem Video erfahren wollt, dann schaut mal den Link in der Videobeschreibung. Ich möchte dieses Video in drei Teilen unterteilen. Und zwar erstens möchte ich einmal über die verschiedenen Eigenschaften von Boots reden. An zweiter Stelle möchte ich dann ein paar Kaufempfehlungen, ein paar Kauftipps geben. Und drittens noch ein paar Handhabungstipps für die Boots. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Part an, den Eigenschaften. So wie Snowboards selber haben auch Boots verschiedene Eigenschaften und wir fangen an mit den verschiedenen Flexwerten, den Schnürsystemen, Membranen, den Innenschuhen und den verschiedenen Sohlen. Und als erstes schauen wir uns den Flexwert an. Der Flex des Boots gibt an, wie steif er ist. Und natürlich gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Umso steifer ein Boot ist, also umso unverformbarer er ist, desto mehr Kontrolle überträgt er natürlich von Fuß auf das Board. Aber umso unbequemer ist es. Dementsprechend muss man hier abschätzen, zwischen wie bequem möchte ich meinen Boot haben und wie viel Kontrolle möchte ich dabei aber abgeben. Klassischerweise ist der All-Mount-Boot einer, der in der Mitte ist, also entspannt, weich, aber nicht so weich, dass man keine Kontrolle mehr hat. Und auf der einen Seite findet man die extrem weichen Boots, die dann mehr sich im Park bewegen, wo man halt mehr gemütlich unterwegs sein möchte. Und auf der anderen Seite die extrem harten Boots, die dann mehr dafür gemacht sind, schnell zu fahren, extrem zu karven und hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Wichtig dabei ist, dass zum Beispiel bei den Deluxe Boots, die wir hier haben, der Flexwert nachher noch verändert werden kann, durch diese Inserts, die man hier sehen kann. Das ist aber nicht bei allen Firmen der Fall. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass die Weichheit des Boots zunimmt, umso länger man ihn fährt. Das bedeutet, umso länger man ihn fährt, desto mehr nutzt man ihn aus, desto weicher wird der Boot auf Dauer. Kommen wir zu den verschiedenen Schnösystemen. Meine Meinung dazu kennt ihr, aber die möchte ich hier gar nicht groß einbringen. Wichtig zu wissen ist nur, es gibt verschiedene Schnösysteme. Zum einen haben wir hier das Boa-System. Beim Boa-System geht ein Stahlseil um den Fuß herum und wird mit dieser Winde an den Schienenbeinen aufgewunden. Eine weitere Möglichkeit ist der traditionelle Schnürsenkel, wie hier zum Beispiel bei meinem eigenen Paar Originals. In Verbindung mit dem Powerstrap am Schienenbein, also dieser Klettverschlusslasche, eine sehr einfache Möglichkeit, den Boot zuzuschnüren. Eine weitere Methode ist eine Art Rücklaufsperre. Bei Deluxe heißt das Ganze Fast Lacing Device. Hier wird ein Seil durch den Boot geschnürt, wie ein Schnürsenkel auch. Nur oben regelt da nicht der Knoten die Länge des Seils, sondern diese Rücklaufsperre. Da kann man einfach das Seil durchziehen, bis man die gewünschte Spannung hat. Und das Seil kann nicht wieder zurückweichen, es sei denn, man betätigt einen Knopf und dann kann man den Boot wieder ganz normal öffnen. Natürlich entstehen dadurch auch Vor- und Nachteile und die haben zum einen damit zu tun, wie schnell man in den Boot rein- und rauskommt. Zum anderen aber auch, wie sehr man die verschiedenen Teile des Boots festziehen kann. Zum Beispiel der Powerstrap gibt die Möglichkeit, oben am Schienenbein nochmal extrem viel Spannung aufzubauen. Ein einteiliges Fast Lacing Device muss sich irgendwie gucken, dass sie die Spannung auf den gleichen Fuß verteilt, wobei ein zweiteiliges Fast Lacing Device das unterteilen kann. Das heißt, da kann man auf dem Spann und am Schienenbein verschiedene Spannungen einstellen. Dementsprechend verschiedene Schnürsysteme haben auch verschiedene Vor- und Nachteile. Kommen wir zu den verschiedenen Membranen. Die erkennt man meistens schon am Preis, denn ein guter Membran möchte sich natürlich bezahlen lassen. Wichtig zu wissen ist, dass jeder Boot erstmal auf einem Plastikgehäuse entsteht und da die ganzen Technologien verbaut werden. Eine Membran soll dementsprechend verhindern, dass die Feuchtigkeit von außen nach innen gelangt. Man wird es aber nicht schaffen, dass man eine Membran so verbaut, dass die Feuchtigkeit von innen, die durch Schweiß entsteht, nach außen tritt. Das ist einfach technisch nicht möglich. Dementsprechend verhindert eine gute Membran lediglich, dass die Feuchtigkeit von außen eintreten kann. Kommen wir zu den verschiedenen Innenschuhen. Davon gibt es bei Deluxe ganze vier verschiedene Arten. Der erste ist ein Basismodell. Der wird auch in den ganzen günstigeren Boots von Deluxe verbaut, um den Preis günstig zu halten. Dementsprechend ist aber auch der Innenschuh nichts Besonderes. Der zweite Innenschuh ist dann schon etwas komfortabler. Er ist dicker gepolstert und sorgt für mehr Fersenhalt und ist dementsprechend eine Option für die meisten Boots von der Firma Deluxe. Die letzten beiden Boots sind thermoverformbar. Das bedeutet, sie lassen sich im Fachgeschäft mit einem speziellen Ofen aufbacken und besonders an den Fuß anpassen. Hier kann man unterscheiden zwischen einem normalen thermoverformbaren Boot und einem premium thermoverformbaren Boot, der dann noch mit Mikrofaser ausgekleidet ist und mit Leder. Natürlich gibt es auch bei den Innenschuhen Vor- und Nachteile. Hier bezahlt man einfach den Preis für gewissen Komfort. Dementsprechend, wenn man etwas bessere gepolsterte Innenschuhe haben möchte, wenn man etwas dickere, wärmere Innenschuhe haben möchte, muss man einfach ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Die thermoverformbaren Innenschuhe sind besonders für die Leute gemacht, die besondere Füße haben. Also falls ihr nicht den 0815 Fuß habt, der in jeden Schuh reinpasst, sondern regelmäßig zum Orthopäden müsst, weil ihr irgendwas an eurem Fuß habt, dann ist so ein Schuh auf jeden Fall eine super Möglichkeit für euch, den Boot wirklich an eurem Fuß anzupassen. Für diejenigen, die normale Füße haben, nicht sonderlich notwendig, aber auch eine Option. Kommen wir zur Sohle. Hier ist es relativ einfach. Umso dicker die Sohle, desto weiter ist man vom Schnee weg. Also umso länger hält sie warm. Aber so leicht ist es nicht, denn dafür gibt man etwas Gefühl auf. Das heißt, umso dicker die Sohle ist, desto länger wärmt sie. Aber umso weniger Gefühl hat man in den Füßen und desto weniger Gefühl hat man beim Fahren. Dementsprechend entscheiden sich Freestyler eher für dünne Sohlen, einfach nur, damit sie mehr Gefühl in den Füßen haben. Die Leute, die tatsächlich den ganzen Tag durch den Schnee hiken, um die eine perfekte Abfahrt durch den Tiefschnee zu haben, bevorzugen da jedoch dicke Sohlen. Weiter ist es wichtig zu wissen, dass die meisten Sohlen mittlerweile aus Schaum gemacht werden. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Wichtig ist nur zu wissen, dass Gummi etwas rutschfester ist als Schaum. Dafür ist Gummi etwas schwerer. Dementsprechend, wenn man einen leichteren Boot haben möchte, muss man dann auf dieses Gummi verzichten. Wenn man etwas mehr Grip haben möchte, gerade für die Anfänger unter euch, die Probleme haben beim Tellerlift fahren, weil sie den einen Fuß lose auf ihr rutschiges Deck stellen müssen, da wäre die richtige Lösung dann eine Sohle, die mehr Gummi enthält, hier zum Beispiel bei dem Demon zu sehen, in blau eingefärbt. Das waren jetzt die verschiedenen Eigenschaften, die Boots haben können. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die ihr auf jeden Fall wissen müsst, bevor ihr die Boots kauft. Fangen wir ganz vorne an. Jede Marke hat ein eigenes Grundmodell an Fuß, nachdem er seine Boots baut. Das ist aber von Marke zu Marke unterschiedlich. Das bedeutet, es kann sein, dass euer Fuß für eine Marke super ist und für eine andere Marke überhaupt nicht. Bei mir ist es der Fall jetzt mit Deluxe. Die Boots gefallen mir sehr gut, die passen sehr gut an meinen Fuß. Das muss für euch aber nicht der Fall sein. Dementsprechend zieht so viele Marken wie möglich an, damit ihr wirklich so eine große Auswahl möglich testen könnt, um den richtigen für euch zu finden. Kommen wir zu Punkt 2. Fersenhalt ist alles. Das bedeutet, ein Boot sollte so gemacht sein, dass eure Ferse sich in dem Boot nicht bewegen kann. Wenn eure Zehenspitzen vorne ein bisschen Raum haben, nicht so wichtig. Wenn eure Schienbein oben ein bisschen Raum haben, nicht so wichtig. Aber eure Fersen dürfen sich keinen Millimeter bewegen. Denn das ist nachher sehr entscheidend dafür, wie sich das Board unter euren Füßen bewegt oder ob ihr euren Fuß nur im Boot bewegt. Punkt 3 ist der Flexwert. Das ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr lieber einen weichen oder einen etwas steiferen Boot haben wollt. Wichtig zu wissen ist aber, dass der Boot auf Dauer immer weicher wird. Und die Möglichkeit, die Boots nachher nochmal härter zu machen, gibt es bei Deluxe, aber sonst nirgendwo. Punkt 4 beschäftigt sich mit dem Innenschuh. Welchen Innenschuh ihr wählt, ist relativ egal. Ich rate nur zu einem Innenschuh, der herausnehmbar ist. Einfach nur, damit ihr über Nacht trocknen kann. Denn ein Boot, der komplett zusammengepackt ist, trocknet nicht so schnell wie ein Boot, der auseinandergenommen ist. Dementsprechend rate ich zu einem Boot, wo man den Innenschuh komplett herausnehmen kann. Punkt 5 und meiner Meinung nach der wichtigste Punkt von allen. Kauft nie Schuhe ohne die Bindung dabei zu haben. Oder andersrum, kauft euch nie eine Bindung ohne die Schuhe dabei zu haben. Denn ihr wollt nicht das Problem nachher haben, dass eure Schuhe nicht mit eurer Bindung kompatibel sind. Entweder weil sie zu breit sind oder weil sie Features haben, die mit den Features von der Bindung nicht im Einklang sind. Wie zum Beispiel hier das BOA-System, was mit dem Highback in Berührung kommt. Das sind Sachen, die sind einfach blöd und tauchen dann auf, wenn man einfach wüst irgendwie wild einkauft. Kauft immer zusammen ein, dann habt ihr solche Probleme nicht. Und dann spart ihr euch das Ganze umtauschen und die Probleme auf dem Berg. Jetzt gibt es noch ein paar Tipps, gerade für die Leute, die noch nicht so viel Umgang mit Snowboard-Schuhen haben. Nummer 1, wenn ihr euch die Boots anzieht, packt nichts außer Socken in die Schuhe rein. Sowas wie der Schneefang gehört nicht in die Boots rein. Davon gibt es nur blöde Druckstellen. Also die bitte immer außen um die Boots rum. Nummer 2, macht euch die Boots nicht zu feste. Natürlich sollen sie halten, aber ihr sollt euch nicht das Blut darin abschnüren. Und es soll schon noch klar sein, wo euer Fuß ist und wo der Boot ist. Und es soll nicht irgendwie ein Matsch sein, der zusammenklebt. Nummer 3, achtet beim Fahren darauf, dass ihr, oder gerade wenn ihr das Board ausgezogen habt, nicht so viel Kontakt mit der Kante vom Snowboard bekommt oder mit Skifahrern. Ich zum Beispiel habe es immer gemacht beim Abrutschen, dass ich meinem Partner einfach den Fuß vor die Kante gehalten habe, damit er nicht weiterrutschen kann. Dadurch macht ihr das Material vom Boot aber sehr schnell kaputt. Und dadurch halten eure Boots natürlich nicht so lange. Und der letzte Punkt ist, wenn ihr eure Snowboard-Schuhe trocknet, trocknet sie getrennt voneinander, nehmt den Innenschuh heraus, hängt sie auf den Trockner, hängt den Außenboot auf den Trockner. Nur so können die Boots sauber trocknen und halten länger und müffeln nicht so stark. Das war unsere ultimative Snowboard-Boot-Kaufberatung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an die Lyx, die wie gesagt das Video auf keinen Fall sponsoren, aber uns die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Einfach nur, damit ich euch was zeigen kann und nicht nur blöd trocken hier rede, sondern dass ihr auch sehen könnt, was ich meine. Dementsprechend nochmal ein Dankeschön, besonders an Axel. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann immer schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wenn ihr Fragen habt, auch in die Kommentare. Oder ihr schreibt sie mir direkt via Social Media, Links dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann recht bald wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.